Und jetzt kommt Christoph Baus von Kemperk, der diese Demo starten wird. Herzlich Willkommen! Ja, so liebe Freundinnen und Freunde, was war das gerade wieder für ein wunderschönes Bild. Die Landwirte, die Bäuerinnen, Bauern, die zum Teil hunderte Kilometer weit gefahren sind in diesem Meer aus Fahnen und Transparenten. Ich glaube, wir können Ihnen nochmal gemeinsam hinterherrufen. Wir sind euch so bangtbar, dass ihr jedes Jahr immer wieder diese Schrapazen auf euch nehmt. Ihr seid klasse, wir stehen hinter euch, wir streiten hier gemeinsam. Das hier, das ist euer Applaus! Und ich glaube, ich glaube, liebe Freundinnen und Freunde, Die Bäuerinnen und Bauern haben heute nochmal ganz klar Frau Klöckner gezeigt, dass sie irrt. Sie meinte vorgestern bei der Grünen Woche, wir wollten hier mit romantisierenden Bullerbü-Vorstellungen zurück zu einer vormodernen Landwirtschaft. Weil man sich ein Idyll sucht, weil der eigene Alltag vielleicht ein bisschen zu hektisch geworden ist. Liebe Frau Klöckner, unser Alltag mag ja hektisch sein und ich bin mir sicher, dass der Alltag der Bäuerinnen und Bauern, die hier sind, ziemlich hektisch ist. Aber vormodern, vormodern ist ihre Klientelpolitik für Agrarbarone, für Agrarbarone, die eine gewachsene Kulturlandschaft in Agrarsteppen verwandelt. Mit Güllemassen, mit Güllemassen aus Agrarfabriken unter Trinkwasser verseuchen und mit Pestizidduschen der letzten Biene das gar ausmachen. Die Zukunft der Landwirtschaft ist bäuerlich und ihre Agrarindustrie, Frau Klöckner, ihre Agrarindustrie hat ausgedient. Ich glaube viele von euch werden sich vielleicht fragen, gestern ganz viele Bäuerinnen und Bauern hier und überall in Deutschland auf der Straße und heute wieder demonstrieren wir etwa gegeneinander von Wegen. Die Landwirte, die mit Landschaft Verbindung demonstriert haben, die sagen doch auch nur ganz klar, uns steht das Wasser bis zum Hals. In den letzten zehn Jahren sind 50 Prozent der Milchbauernbetriebe mussten dicht machen. Zwei Drittel der Schweinehalter mussten dicht machen. Die Höfe sterben uns weg und Agrarbarone und Spekulanten, Bodenspekulanten übernehmen. Dagegen braucht es einen Aufstand und wir alle, die gestern und wir heute, wir sind gemeinsam dieser Aufstand für eine andere Agrarpolitik. Nur liebe Leute, und das geht besonders raus auch nochmal an Landschaft Verbindung. Ich glaube wir müssen gemeinsam lernen, auch ganz klar Ross und Reiter zu benennen und zu sagen, wer uns diesen ganzen Mist eingebrockt hat. Das sind die Eigners, die Schmitz und Klöckners, die seit Jahren behaupten, die Landwirtschaft hätte nur auf dem Weltmarkt eine Zukunft. Und das Prinzip gelte immer weiter, Wachse oder Weiche. Das sind die BASFs, die Monsantos, die Bayer Monsantos und Syngenta, die immer wieder neue Pestizid-Cocktails in den Markt pressen und synthetische Düngermittel und patentiertes Saatgut in den Markt holen. Und das sind die Funktionäre vom Deutschen Bauernverband, der sich endlich mal umbenennen sollte in das, was er wirklich ist, ein Deutscher Agrarindustrieverband. Lasst uns gemeinsam streiten gegen diesen Irrsagen. Lasst uns gemeinsam sagen, Landschaft verbinden. Verbindung gegen die Agrarindustrie, die haben wir doch alle gemeinsam satt. Und ich glaube, wir können uns einig sein mit Landschaft Verbindung. Dass das auch bezahlt werden muss. Gutes Essen, was produziert wird. Die Artenvielfalt, die erhalten wird. Böden, die zu CO2-Speichern ausgebaut werden von Landwirten. Ja, das gibt es nicht zum Nulltarif. Dafür muss man Geld in die Hand nehmen. Ich bin selber seit drei Jahren so eine kleine Schafherde bei uns auf dem Hof. Und selbst, das ist raubollisches, pommersches Landschaf, alte Landrasse. Und seitdem ich nachts um drei diese Schafe mal eingefangen habe, seitdem wir auf dem Hof Flaschenlimmer aufgezogen haben und immer wieder bei Regen den Stall ausmisten, seitdem habe ich so ein bisschen ein Gefühl bekommen, was Landwirtschaft bedeutet, was das für ein Knochenjob ist. Und wie viel Wissen es braucht, wie viel Fachexpertise. Ich glaube, wir alle sollten dem genau Respekt zollen und das soll auch sein Geld wert sein. Landwirtschaft ist ein riesenherftiger Knochenjob und wir streiten dafür, dass das auch man vernünftig bezahlt wird. Noch ganz kurz zum Schluss. Drei Dinge, wo das bezahlt werden muss. Das erste ist die EU-Agrasubvention. 60 Milliarden gehen da raus jedes Jahr. Dafür müssen wir schauen, dass endlich die Landwirte honoriert werden, die eben ihre Tiere anständig halten und die für Artenvielfalt sorgen. Lasst uns Megaställe und Gülle sehen, Pestizid duschen und Monokulturen stilllegen. Mit dem Geldhahn. Ein zweites. Wir brauchen faire Preise, die EU-Marktordnung, die muss so geändert werden, dass sie reingreift, wenn die Preise wieder absenken und Überproduktion reduziert. Es brauchen Werbeverbot für Dumpingpreise. Lasst uns gemeinsam die Marktmacht der Discounter brechen. Und ein letztes. Wir brauchen nicht noch mehr Weltmarkt. Die Zukunft, die liegt in der regionalen Erzeugung. Die liegt in der regionalen und lokalen Wertschöpfung. Wenn jetzt mit dem Mercosur-Abkommen noch mehr Billigfleisch und Hormonfleisch in den Markt hier gepresst werden soll, dann macht das hier die Märkte endgültig kaputt und den Landwirten das gar aus. Wie als TTIP und CETA trifft jetzt auch Mercosur auf unser aller Widerstand. So, liebe Leute, und jetzt geht's los, oder wird ganz viel laufen da jetzt schon lang. Es geht jetzt rüber zum Außenministerium, weil dort sitzen die Agrarminister der Welt und der EU zusammen. Und deswegen sind wir heute so goldrichtig. Die Tagen da. Frau Klöckner war heute Morgen schon bei den Landwirten gewesen, hat mit Ihnen drüber gesprochen. Und dort müssen wir jetzt richtig, richtig laut sein, damit Sie uns endlich bemerken. Lasst uns gemeinsam streiten für eine andere, für eine bäuerliche, für eine ökologischere Landwirtschaft, für die Agrarwende. Lasst uns aufbrechen zum Agrarministerium. Lasst uns sagen, mit bäuerlicher Landwirtschaft, mit der Erzeugung von gutem Essen, hat Agrarindustrie nichts, aber auch rein gar nichts zu tun. Jetzt geht es los. Habt viel Spaß auf dieser Demo. Wir sehen uns irgendwo da unten. Macht's gut. Bis später. Ciao. Danke, Christoph.